Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo und willkommen zurück bei den Online-Geistern im Podcast und bei Radio Korax. Es geht heute um Steuererklärung, sehr trockenes Thema. Die Digitalisierung der Steuererklärung, deswegen beschäftigen wir uns nämlich auch damit. Ganz konkret Schwerpunktthema heute Elster und da Tristan, hast du schon deine oder überhaupt jemals Steuererklärung gemacht? Ich habe noch nie Steuern gezahlt, außer Mehrwertsteuer. Okay, dann vielleicht als Tipp, kannst du dir mal überlegen, in Deutschland sind etwa 45 Millionen Menschen steuerpflichtig. Gleich, wer muss eine Steuererklärung machen? Etwa 45 Millionen müssten an sich, aber großer Unterschied. Steuerpflicht einmal zwischen Bundesbürgern und Ausländern sowieso, also wenn du als Österreicher arbeitsbedingt nach Deutschland kommst, da hast du eine eingeschränkte Steuerpflicht. Ich als Deutscher muss aber komplett Steuern zahlen, aber du und ich, wir haben da gerade eine schöne Situation. Ich muss immer Steuer, also nicht Steuern zahlen muss jeder, aber ich muss immer Steuererklärung machen. Du darfst. Ja. Kennst du den Unterschied? Ja, das habe ich mal gehört. Wenn man selbstständig ist, muss man eine machen, weil da im Prinzip du ja deine eigenen Einnahmenausgaben kontrollierst. Ja, ich bin potenzieller Steuerinterzieher. So einfach nur Steuern zahlst, indem du eine machst, soweit ich weiß, könnten dir vielleicht auch gar nicht bei dir was abknapsen. Wenn du nicht selbstständig bist, sondern irgendwo angestellt bist, legt das ja eigentlich schon dein Arbeitgeber mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Und du kannst dir was zurückholen, wenn du meinst, dir steht eine Steuererstattung zu, indem du eine Steuererklärung machst. Aber wenn du einmal eine gemacht hast, dann musst du jedes Jahr eine machen. Genau, deswegen nehme ich auch. Perfekt, perfekt. Das steht auch alles in Paragraf 1 Einkommensteuergesetz für diejenigen, die es nachschlagen möchten. Da habe ich zu Hause stehen, neben dem Bett, lege ich jeden Abend rein. Sehr vorbildlich. Aber das ist nämlich auch das Wichtige und für euch da draußen, liebe Online-Geister, nämlich auch der Mehrwert dieser Folge, überhaupt erstmal zu wissen, lohnt sich für mich eine Steuererklärung? Ja, nein, vielleicht. Da kann durchaus bis zu mehrere tausend Euro ich wieder rausbekommen, also das ist jetzt nicht gerade wenig Geld, was ich einfach so formal an den Staat gezahlt habe, einfach über so Pauschalzahlungen. Ich meine, ich weiß, Tristan, du bist ja Mieter, richtig? Ja. Das heißt, du musst ja monatlich deine Betriebskostenvorauszahlungen machen, ne? Ja, letztens kam letzte Abrechnung, ich kriege eine gute Rückzahlung. Das freut mich jeden jedes Jahr, wenn ich den Brief bekomme. Und jeder, der davon euch Mieter ist, kennt ihr dieselbe Situation und die Steuererklärung ist quasi eure Betriebskostenabrechnung. Nur in dem Fall dafür, dass ihr Bundesbürger der Bundesrepublik Deutschland seid. Ist eigentlich komplett eins zu eins vergleichbar. Also im Prinzip, das ist aber auch für mich zu erklären, dass ich, der Staat bezahlt bei einem Geld, was ich ihm gebe, Sachen, die auch für mich nützlich sind und guckt am Ende nach, hat man für dich tatsächlich so viel Geld gebraucht, machst du die Steuererklärung und dann hat man nach, ah okay, für dich wohl doch nicht so viel Geld gebraucht, dir hast du deinen Anteil zurück. Ja, beziehungsweise wir haben anteilig von dem, was du verdienst, was du auch auszahlst, das ist ja immer so eine grobe Rechnung. Genauso wie beim Haus, wenn du jetzt deine Heizung hast in deiner Wohnung, du heizst halt nicht so viel wie die Nachbarn beispielsweise. Je nachdem, wie das berechnet wird vom Vermieter, kann es halt sein, dass du dann mehr Geld wieder zurückbekommst, weil du halt im Winter niemals die Heizung angemacht hast beispielsweise, weil der Winter vielleicht so warm gewesen ist. Kommt häufiger vor. Für dich nicht nötig war. Ja. Und das ist halt dasselbe Ding, nur eben hochgerechnet nicht nur auf ein einzelnes Haus, sondern generell alles, was du halt in deinem Leben so machst. In Deutschland halt natürlich wieder. Das vielleicht erstmal für den Mehrwert dann an der Stelle. Und wer von euch überlegt hat, schon mal eine Steuererklärung zu machen, vielleicht kennst du ja auch diese Sache mit dem Datum, dass da irgendwie immer hier mit Einreichung, Steuerpflicht und sowas. Ich würde vermuten, dass es Ende Mai ist, da wir diese Folge im Mai machen. Nein, nicht mehr. Oh. Deswegen machen wir die Folge jetzt auch bewusst im Mai, denn wir haben... Weil es nicht mehr im Mai ist. Ja, weil es jetzt ab 31, also bis 31.7. ist. Oh. Also wir haben zwei Monate mehr Zeit. Habt ihr noch? Okay. Das heißt, liebe Leute, spitzt die Ohren, schreibt euch auch das auf, was wir dann in den Shownotes verlinken. Ihr habt noch zwei Monate Zeit, eure Steuererklärung zu machen und könnt das zum Beispiel mit Elster machen. Das machen auch immer mehr Deutsche, nehme ich. Ich habe mir Vater jetzt damit nochmal gemacht. Kennst du Elster? Also ich habe den Begriff gehört, ich kann es nicht exakt sagen, wofür es steht. Einfach ganz simpel, elektronische Steuererklärung. Elster. Ja, schlicht und ergreifend. Genau das. Elektronische Steuererklärung. Elster. Elster. Ja, okay. Wobei ich es bis heute mit der diebischen Elster immer ein bisschen schwierig finde, aber ja, okay, man hat sich damals dafür entschieden. Ja, die Vöglein wollen Steuer machen. Das ist von Social Media Statistik natürlich. Woher sonst? Ja, wir haben die. Haben wir eine Statistik, die Vöglein wollen Steuer machen. Die Anzahl der mittel-elektronischen Steuererklärungen, ermittelten Einkommensteuererklärungen. Ah, okay. Wie viele von den 45 Millionen, die es machen müssen, machen es mit Elster. Das war 2010 noch 8,6 Millionen. Und es ist inzwischen, ja, knapp viermal so viel, dreimal so viel, sorry, verrechnet. 23,1 Millionen 2018. Genau, also konstant gestiegen in den letzten Jahren. Und ich finde 23 Millionen Steuererklärungen elektronisch. Ich mache es auch elektronisch. Das ist gerade mehr als die Hälfte von denen es machen müssen. Ja, und es ist sowieso so. Bis 2022 soll ohnehin die Steuererklärung ausschließlich elektronisch erfolgen. Also diese Papiererklärungen und diese Klischee-Sachen, die du vielleicht aus irgendwelchen deutschen Filmen kennst. Wo Leute ihre Rechnung zusammensuchen, zusammen tackern, kopieren. Genau, und ganz, ganz schnell zum Finanzamt noch mit dem Auto fahren, um das irgendwie in den Briefkasten dort zu schmeißen. Das ist sowieso nicht mehr so. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Ich hatte im letzten Jahr zum Beispiel auch mehrere Termine beim Finanzamt. Da war ich halt zufällig für eine Steuerprüfung rangekommen. Das war entweder aufgrund von Verdachtsfällen oder wirklich so verdachtsunabhängige Zufallskontrolle. Macht der seine Steuer ja richtig. So wie am Flughafen. Mich hat verdachtsunabhängig zufällig ausgewählt worden. War aber auch ein ganz angenehmer Kontakt. Also da möchte ich auch mal die Lanze brechen. Zumindest für meins Finanzamt hier in Halle war eigentlich sehr angenehm mit den Leuten. Die paar Mal, die ich war, habe ich echt immer so mit Mitarbeiter gestoßen. Also ist das Finanzamt da nur irgendwelche grimmigen Leute arbeiten, stimmt meiner Erfahrung überhaupt nicht. Das sind Leute, die sich echt hart arbeiten, um in diesem komplexen System uns irgendwie zu helfen. Das sagen wir uns am Ende auch nur Menschen wie alle anderen. Aber Willkür des Steuerberaters oder Quatsch, Willkür des Sachbearbeiters so rum. Ihr könnt natürlich an irgendwen geraten. Also ich habe jetzt positive Erfahrungen gemacht, möchte da auch ein bisschen die Lanze eben verbrechen. Aber kann halt so oder so sein. Aber ich finde Elster an sich, nicht nur weil ich da auch zum Beispiel Seminare mache mit verschiedenen Leuten, eine super Sache. Weil es aber auch einfach scheiß viel Zeit abnimmt. Ich habe zwar gerade so eine Infografik, wo du schon mit den Augen etwas kräuselst. Es ist recht komplex, das Ding. Das können wir nicht erklären. Es gibt eine Infografie, pack mal die Show Notes, vielleicht steigt ihr da durch. Wenn ich ein bisschen Zeit hätte, gucke ich mir das vielleicht mal an. Einfach als Übersicht. Aber es gibt drei Varianten, wie wir unsere elektronische Steuererklärung machen können. Kannst du ja mal kurz zusammenfassen, bitte? Variant als. Es gibt das Online-Tool unter elster.de. Das wurde von den Finanzbehörden direkt gestellt. Das ist alles online und in der Cloud gespeichert. Zack, bumm. Da ist es. Die zweite Variante wäre das Elster-Formular. Ist ein Download-Programm, was ich auch bei elster.de finde. Generell elster.de ist so die Website für alles im Rahmen von der Steuererklärung. Und da auch wieder Vorteil vom Elster-Formular als Download-Software. Auch offizielles Ding von den Finanzbehörden. Alles offline. Das heißt, ich brauche noch nicht mal Internet. Und es ist lokal gespeichert. Also ich habe mich betreffend alles in der Cloud hatte auch immer so einen Datenschutz-Aspekt. Das hat manchmal so ein bisschen den Geschmäckle für mich. Und das habe ich da halt eben gar nicht. Und die dritte Variante? Ja, Anbieter, Drittanbieter, die von Finanzämtern anerkannt sind. Das sind aktuell 560. Ja, Liste findet ihr auch bei elster.de. Sind die empfehlenswert, also wenn es das offizielle Download-Programm gibt, das Elster-Formular und das Online-Tool vom Finanzbehörden erstellt, braucht man da 560 Drittanbieter? Sind die besser, schlechter? Naja, brauchst du hunderte von Autoherstellern, könnte man genauso fragen. Ja gut, aber da geht es nicht um eine Steuer, da geht es um ein Vorliegen. Das Fahrerlebnis. Da geht es um das Steuererlebnis. Nur fliegen ist schöner. Nur keine Steuern zahlen ist schöner. Ich zahle an sich eigentlich ganz gerne Steuern. Ich habe gerne mit mir, auf funktionierenden Straßen zu laufen, mit Leuten zu sprechen, die eine gewisse Schulbildung auch genossen haben. Ich meine, eine Variante dieses dummen Werbespruchs, fliegen ist schöner, nur keine Steuern zahlen ist schöner. Aber, nee, also Scherz beiseite. Eine Steuererhöhung, das Schlimmste sind, was passieren kann nach einer Wahl. Also, ob man die braucht oder nicht, kann man hinterfragen. Aber es sind halt Zusatztools und vielleicht auch Zusatzangaben, die da kommen können. Also, ich habe schon ein paar Mal gemerkt, bei den offiziellen Sachen von Elster, ich habe immer auch einen sehr hilfreichen Seitenbereich, das ist meistens immer auf der rechten Hälfte des Bildschirms, für diejenigen, die die Programme kennen, dass ich halt so einen Hilfebereich habe, wo mir einfach erklärt wird, was bedeutet diese Anlage, was muss ich in der und der Zeile ausfüllen und so weiter. Aber, das ist mir auch schon deutlich aufgefallen, wenn es darum geht, dass ich Geld zahlen muss, sind die meistens ausführlicher und hilfreicher formuliert, als wenn es darum geht, wie kann ich Geld einsparen. Da wird dann meistens nur sowas gesagt wie, weiß ich jetzt, wenn es um irgendwelche Pauschbeträge geht, so Pauschalbeträge, die ich absetzen kann, siehe Paragraph so und so und bla 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 Gesetz. Deswegen sollte man das immer in dem Bett stehen haben. Ja, also zumindest das Einkommensteuergesetz, aber gibt es auch alles unter gesetzeiminternet.de, das ist die Website, die vom Bundesjustizministerium mit betrieben wird, weil wir als Bundesbürger auch ein Recht darauf haben, alle Gesetze auch einlesen zu dürfen. Aber vielleicht nur das für Elster, also die drei Varianten, Online-Tool, Download-Programm oder Drittanbieter und wirklich Hunderte. Kostet das irgendwelche Gebühren, noch als Frage? Also Drittanbieter würde ich vermuten ja, weil das macht ja keiner aus Jungs und Dollerei. Klar, die Drittanbieter auf jeden Fall. Die ersten beiden definitiv nö. Okay. Also Online-Tool ist komplett kostenlos. Das Einzige, was du vielleicht als Kostenpunkt hast, wenn du dir Elster ranschaffst, da sind wir nämlich schon bei unserem zweiten Unterpunkt, wie funktioniert eigentlich Elster? Elster an sich ist nämlich nur ein Übermittlungsstandard. Das ist jetzt kein Programm in dem Sinne, aber auch das schöne Ende-zu-Ende-verschlüsselt, also für unsere IT-Sicherheits-Nurz, zu denen ich mich auch mitzähle, ist das immer eine sehr schöne Sache. Wobei Ende-zu-Ende-verschlüsselt inzwischen auch schon, ich weiß nicht, ob allgemeiner Sprache braucht, aber es gibt, glaube ich, auch nicht nur, jetzt, was damit anfangen können, bei E-Mail-Programmen, bei Messengern. Ja, dankenswerterweise gibt es mehr damit. Aber da können halt gegebenenfalls Kosten entstehen. An sich ist das eigentlich eine kostenlose Sache, aber wenn du halt eben Zusatzgeräte brauchst, wie jetzt ein bestimmtes Lesegerät oder sonst was, da kommen wir gleich drauf. Aber da können gegebenenfalls Kosten entstehen. Denn, zweiter Punkt, wie funktioniert eigentlich Elster? Läuft eigentlich ziemlich simpel ab. Du meldest dich auf elster.de an, kriegst einmal eine Bestätigungs-E-Mail, wo dann ein Link drin ist, den du klicken musst. Und wenn du den Link geklickt hast und dann ein, zwei Wochen oder Tage, je nachdem wie schnell die Post ist, wartest, kannst du auch den Sicherheitscode eintippen, den du halt gesondert per Post bekommst, an deine Meldeadresse. Du gibst keine Adresse irgendwo ein, sondern das wird dir automatisch an deine beim Einwohnermeldeamt gemeldete Postadresse geschickt. Das soll auch einfach für mehr Sicherheit der Sicherheit geben. Und die wird auch nicht abgefragt? Also wenn es mehrere Leute gibt, die meinen Namen haben, dann woher weiß das Programm, welcher Leute ich bin? Im Vorfeld gibst du deine Steuer-ID beispielsweise mit ein. Und wenn du hast deine Steuernummer. Also das Finanzamt kann dich schon identifizieren. Da vielleicht auch nur als Tipp für die Unterscheidung auch, weil ich das regelmäßig auch als Frage habe. Es gibt drei Typen davon. Es gibt die Umsatzsteuer-ID, nee, Umsatzsteuer-Nummer, es gibt die Steuernummer und es gibt die Steuer-ID. Die Steuer-ID ist quasi dein DNA als Mensch, als Steuerperson. Die kriegst du ab Geburt. Hast dein Leben lang nur diese eine. Das ist die Steuer-ID, Identifikation. Die hast du auf jeden Fall. Die musst du eigentlich auch bekommen haben. Ansonsten beim Finanzamt einfach mal nachfragen. Du musst dich letztens noch mal holen, weil ich einen Zettel, wo ich draufstand, verloren habe. Und da haben sie mir das nochmal zugeschickt. Das geht auf jeden Fall immer. Also wenn ihr keine Ahnung habt, bei irgendeinem Finanzamt nachfragen, die leiten euch auf jeden Fall weiter. Dann die Steuernummer. Das ist quasi deine Mitgliedsnummer beim jeweiligen Finanzamt. Also du kannst mehrere Steuernummer in deinem Leben haben, wenn du heute umziehst. Also ich habe ja ursprünglich in einem deutschen Teil gewohnt. Dann bin ich nach Halle rüber. Das heißt zwei Steuernummern. Ich habe ja auch zwei Unternehmen. Deswegen zwei Steuernummern. Zwei unterschiedliche Personen sind das. Und dann gibt es noch die Umsatzsteuer-ID. Das ist nur für Leute wie mich relevant als Unternehmen. Wenn ich Umsatzsteuer-Pistik bin. Unternehmen als Selbstständiger, als jemand, der das zahlt. Ich würde zur Musik gehen. Ich würde zumindest noch das machen wollen, weil wir einfach an dem Punkt waren. War gerade auch gut überlebt. Egal. Okay. Und um wieder zurückzukommen aufs Eigentliche. Also ich registriere mich online, gebe die ganzen Sachen ein, kriege eine E-Mail, kriege einen Brief. Und dann kriege ich auf jeden Fall immer so eine Zertifikatsdatei. Das ist einfach so eine sehr, sehr verschlüsselte Datei, die ich am besten irgendwo sicher speichere. Damit kann ich komplett kostenlos meine Steuererklärung machen. Und dann gibt es noch ein paar andere Varianten. Entweder, dass ich so einen USB-Sicherheitsstick bekomme. Das ist einfach nur so ein spezielles Ding. Halt eine USB-Form. Das kostet. Das Logo da kenne ich. Und ich lese und weiß auch warum. Das ist der elektronische Personalausweis. Genau. Das wäre nämlich noch die dritte Variante. Ich habe mit so einem neuen Personalausweis, der so eine Chipkarte mit drin hat, auch die Möglichkeit, meine Steuererklärung zu machen. Ich muss aber auch irgendwie vorher anmelden. Einmal am Meldeabend. Ich habe da nur noch einen Personalausweis bekommen habe. Wenn ich mir mal was erkläre, das habe ich wieder vergessen. Ich dachte, der brauche ich eh nicht. Aber inzwischen ist es, glaube ich, demnächst auch Pflicht. Viele mehr Sachen laufen darüber. Wenn es eh alles elektronisch wird, dann sollte man das schon mal gemacht haben. Wenn es Deutschland irgendwann hinbekommt. Aber ich brauche, glaube ich, eh nächstes Jahr oder in zwei Jahren wieder einen neuen Personalausweis. Und letzte Variante wäre dann mit einer Signaturkarte. Also kriegst du deine eigene Chipkarte noch ausgestellt. Okay, also eine Karte nur für die Steuererklärung elektronisch. Genau. Und dieser USB-Stick, dieser Sicherheitsstick und diese Signaturkarte, die kosten halt, weil du die Dinger ja kaufen musst. Die müssen für dich hergestellt werden. Was kostenlos ist, die Zertifikatsdatei. Und was halt eben einfach auf deinen Personalausweis überspielt wird. Da brauchst du zwar noch ein passendes Lesegerät dafür. Das kostet dann natürlich wieder. Aber ansonsten ist es kostenlos. Alles kostet. Ja, Eigentum verpflichtet halt. Eigentum verpflichtet. Eigentum kostet auch mal auch Steuern bezahlen. Und eigentlich nur aus diesem Grund habe ich endlich wieder mal Knorkator in die Sendung genommen. Denn die haben ein Lied geschrieben über Eigentum. Eigentum von Knorkator vom nächsten Album aller Zeiten. Das wird auch schon ein bisschen älter. Und damit sind wir wieder zurück. Bei den Online-Geistern und beim Thema digitale Steuererklärung via ELSTER. ELSTER. Elektronische Steuererklärung. Und eine Sache müssen wir noch klären. Was muss denn da alles rein? Oder müssen wir es eigentlich überhaupt klären? Das weiß doch jeder. Kann man nachgucken. Nein, einem nicht. Das kommt halt darauf an, ob du selbstständig bist oder nicht selbstständig. Ganz wichtig auch. Vielleicht für uns beiden Germanistik-Studenten mal ganz nett. Die aktuelle Schreibung ist ja selbstständig. Aber beim Finanzamt bist du weiterhin selbstständig. Altdeutsch. Ah, aber das wäre das Gleiche. Ich dachte beim Lesen, das wäre was spezifisch anderes. Aber das ist tatsächlich okay. Es ist in dem Fall wirklich die Schreibung. Ist es einfach für mich als kleiner Grammatik-Nerd an der Stelle ganz nett. Aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du es bist oder nicht. In der Regel hast du zwar immer den selben Hauptvordruck, also die Einkommenssteuererklärung oder die Äste, die du da bekommst, kurz. Aber die Anlagen, die es da halt gibt, unterscheiden sich teilweise ziemlich krass. Und da, Maestro, kurz mal ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, vom guten Kevin MacLeod. Was sollen wir ohne ihn machen? Ja. Auch übrigens alles unter Kurde. Keine freie Musik. Auch alles unter Creative Commons. Lass uns mal ein kleines Quiz draus machen. Oder vielleicht mal unsere Top Ten der beschürzten, merkwürdigsten oder faszinierendsten Anlagen. Es gibt mehr als 16. Ja, also. Mein persönlicher Favorit ist immer noch die Anlage aus. Anlage an? Nö, so. Ja, hast du eine Ahnung, was das bedeuten soll? Die Ausgaben? Nee, da geht es ums Ausland. Also in dem Fall ganz konkret deine ausländischen Einkünfte. Was du halt im Ausland verdient hast. Nichts. Also ich kann mal alles für mich beantworten. Nichts. Dann gibt es ein paar, die sind komplett nachvollziehbar. Anlage AV, für diejenigen, die halt klassische Lohnscheine bekommen. Das kennst du ja vielleicht auch. KV, AV, PV. Ich gucke da nie drauf. Okay, Altersvorsorge. Ah, ja, ja doch, ja. SV, Sozialversicherung. Das ist ja alles Sozialversicherung. Also KV, Krankenversicherung. PV, Pflegeversicherung. Und AV, Altersvorsorge. Aber AV, Anlage, ist halt nur das. Dann FW, hat nichts mit Ferienwohnungen zu tun. Das sind die Förderung von Wohneigentum beispielsweise. Und hier und da gibt es auch ganz viele Sachen zum Kapital. Was magst du, hätte sich gefolgt? Anlage Kind, weiß ich, das ist Ausgaben fürs Kind oder Einkünfte übers Kind? Ja, zum Beispiel Kindergeld und was es da so alles gibt. Also die Förderung vom Staat, was du da auch angeben musst. Was ich immer noch aber sehr schön finde, nehmen zum Beispiel sowas wie Landwirtschaft, also Anlage L wäre das, Land- und Forstwirtschaft. Gibt es auch Anlage N für nichtselbstständige Arbeit, Anlage S für eben selbstständige Arbeit. Anlage N aus für nichtselbstständige im Ausland? Check. Oh, 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 ich bin sehr gut. Und mein persönlicher Favorit immer noch die Anlage Weinbau. Also wenn du mal Winzer werden möchtest. Die haben ja extra Anlage. Ja, die haben eine extra Anlage bei der Steuererklärung. Als einzige Landwürte haben die als eine extra Anlage. Nochmal separat. Alle anderen Landwürte sind bei L. Und die haben nochmal eine extra separat davon, weil Wein. Ja, und ich glaube, das reicht dann bestimmt auch. Gott. Komplette Liste packen wir euch in die Shownotes. Da gibt es, wie gesagt, viele, viele. Also wir haben gerade 18, aber es gibt auch noch ein paar ganz spezielle. Also ich fände mir in der Steuererklärung ruckzuck fertig, oder? Wenn ich eine machen würde. Kann ich auch eine machen, wenn ich keine Steuern zahle? Das sagen immer die Leute, ja, mach deine Steuererklärung. Als Student kannst du 5000 Euro zurückbekommen. Wie, wenn ich keine Steuern bezahlt habe? Von Mehrwertsteuern? Werden die mitverrechnet? Du hast ja Weiterbildungskosten. Sowieso, seit ich sechs bin. Ja, aber im Rahmen deiner Semestergebühren. Die kannst du komplett von der Steuer absetzen als Weiterbildungskosten. Alle deine Ausgaben für beispielsweise Bücher, Lehrmaterial und sowas, das ist ja auch Weiterbildungskosten. Aber wenn ich durch Nebenjobs sowieso nicht steuerpflichtig bin, wovor wird das dann abgesetzt? Das ist eben dieser Pauschalbetrag, der da einfach miteinander verrechnet wird. Du kannst dir quasi ein Negativguthaben im Laufe der Jahre erstmal. Ach, es wird auf Jahre gespeichert. Sobald ich dann steuerpflichtig bin, sobald ich Einkommensteuer zahle, kriege ich auf einen Schlag. Das ist alles zurückbezahlt. Nein, nicht unbedingt, aber du kriegst halt erstmal den Vorteil, falls du halt Steuern zahlen müsstest, wird dir das halt eben verrechnet. Und so ein Negativguthaben heißt ja eben, an der Stelle, du hast eben zu wenig eingenommen. Also du würdest halt eben vom Staat was zurückbekommen. Du als Nicht-Selbstständiger, ich als Selbstständiger hätte quasi einfach nur ein Negativguthaben. Das hat mir zum Beispiel am Anfang geholfen. Ich muss ja immer schon, ich habe ja meine Selbstständigkeit anfangs erstmal nur neben dem Studium betrieben. Kann ich übrigens euch da draußen, die ihr mit dem Gedanken spielt, echt auch nur empfehlen. Denn als ich halt angefangen habe, auch Einnahmen zu generieren, hat es einfach nur dieses Negativguthaben langsam abgeschmolzen. Inzwischen darf ich zwar teilweise im Quartal 1000 Euro Steuern mehr zahlen, das ist auch nicht gerade wenig. Also wirklich als Vorauszahlung regelmäßig leisten, ja. Okay. Aber ja, dafür habe ich halt eben am Anfang erstmal ein bisschen sparen können. Das kann halt am Anfang auch wirklich einem erstmal das Genick retten. Denn was du da an Kosten trafst, ist es dann jeden Satz von gut und böse. Deswegen auch vielleicht als unser letztes Großthema, welche Steuertricks gibt es eigentlich? Na, da musst du am besten mal Amazon fragen und Apple und die ganzen, die keine Steuern zahlen. Okay, wenn wir gleich in die Richtung gehen, dann kann ich auch immer sagen, mach eine Stiftung. Das soll wohl ein sehr guter Steuerspartrick sein. Nee, aber wir wollen jetzt zu den legalen Steuerspartricks. Da verlinken wir euch auch in dem Fall von selbstständigmitteldeutschland.de. Das ist ja auch eine unserer Partnerseiten. Einfach mal Steuertricks der Steuererklärung. Link findet sich in den Shownotes zu unserer Folge Nummer 36. Der beste Trick, den es da eigentlich gibt, um Steuern zu sparen, sind die Pausch- oder Pauschalbeträge. Kannst du dir irgendwas so da vorstellen? Also Sachen, die einfach ständig anfallen. Wenn so, okay, du hast das und was gemacht, brauchen keine Rechnung, zack, bumm, kriegst der Stattung. Egal, wie teuer es war. Ja, aber es muss nicht unbedingt regelmäßig anfallen. Also zum Beispiel Umzugspauschal ist so ein klassisches Ding. Meine Frau ist ja im letzten Jahr umgezogen, weil Dienstwohnungen in einer ganz anderen Stadt, auch mal in einem Bundesland. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch bei der Steuererklärung eine Umzugspauschale geltend machen können. Und das sind aktuell, glaube ich, pro Einzelperson etwa 800 Euro, die du ohne irgendwas nachweisen zu müssen als Pauschale. Also du musst du Umzug nachweisen, dass du dich irgendwo anders gemeldet hast. Ja, das schon, du musst einen Umzug nachweisen. Also da reicht im Normalfall, aber auch nur, wenn die es Finanzamt nachfragt, musst du es nachweisen können. Also Mietverträge und sowas reicht da an der Regel aus. Aber das gilt auch seit einigen Jahren. Du musst zwar diese Beweise haben, das kann ich immer empfehlen, Beweise zu haben für das Ganze. Aber du musst es halt erst dann vorzeigen, wenn es Finanzamt nachfragt. Also du musst es nicht prinzipiell haben und einschicken und sonst was, sondern eigentlich wirklich nur dann, wenn die fragen, also wir haben da ihr Zeug und können sie uns das und das nachweisen. Und Fifty Shades of Grace ist wirklich Weiterbildungsliteratur gewesen. Willst du, was machen sie eigentlich? Kommt drauf an, was man macht. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, eine Kundin, um genau zu sein, die hat eine Autorin, die ist im Erotikbereich tätig und die setzt ihre Reizwäsche als Recherchematerial ab. Also Erotikautorin. Ich sollte mich mal nach neuen Bestätigungsverhältnissen gucken. Aber wie gesagt, das können wir halt empfehlen. Ein Pauschalbeträge, Link zu selbstständig in Mitteldeutschland, packen wir euch mit rein. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ansonsten, seid ehrlich bei der Steuer, das ist eben die beste Variante. Da kann sich auch schon recht befinden. Mach das nicht so wie Amazon, Apple und die Konsorten. Ja, und da kann ich vor allem euch auch empfehlen, füllt mal beim Elster-Formular bei der Download-Software einfach mal testweise so eine Steuererklärung aus. Ihr müsst euch dann nirgendwo anmelden. Die Software kann euch runterladen und euch einfach schon mal vorrechnen lassen. Da gibt es nämlich auch einen Steuerberechner, integriert in diese Software. Und der sagt euch dann mit euren Einnahmen, mit euren Ausgaben, was ihr halt so hattet, werdet ihr was zahlen, nachzahlen müssen oder werdet ihr was zurückbekommen. Und wie hoch wird das wahrscheinlich sein? Ich mache das regelmäßig, auch für andere Leute. Und das ist meistens recht genau zu dem, was dann auch das Finanzamt ausrechnet. Nachzahlen müsste aber eigentlich nur ein Selbstständiger. Das könnte einem Angestellten nicht passieren, oder? Kommt drauf an. Da sind wir nämlich wieder bei Steuerklassen und so weiter. Da bin ich auch bewusst nicht drauf eingegangen, weil das sehr komplex ist. Wir sind kurz vor Ende. Wie, wenn ich ein Nicht-Selbstständiger bin, also keine Steuererklärung machen muss und der Fall eintritt, dass ich eine Nachzahlung tätigen müsste, aber keine Steuererklärung gemacht habe, würde das auch das Finanzamt nur durch Stichproben herausfinden, dass ich eine Nachzahlung machen müsste? Nee, das ist ja der Vorteil als Nicht-Selbstständiger. Entweder machst du niemals eine Steuererklärung, dann guckt das Finanzamt auch niemals drauf. Ah, auch eine Nachzahlung würde niemals. Ja, oder du machst einmal eine Steuererklärung, dann aber eben immer, auch wenn sich deine Lebenssituation zum Beispiel ändern sollte und du dann vielleicht zahlen musst, anstatt was zu bekommen. Aber das kann sich halt aufgrund eben zum Beispiel der steuerlichen Veranlagung, üblicherweise sind wir als Normalbürger immer erstmal Steuerklasse 1, aber wenn du heiratest, gibt es dann Kombinationen und hin und her. Da sage ich aber wieder, das ist ein Steuerberater-Job, sowas zu machen, darf es nämlich ein Steuerberater auch da. Er berät mich. Wo ich glaube, wer auf jeden Fall Steuerberater hat, sind die Jungs von Rammstein, die jetzt nach zehn Jahren endlich wieder ein offizielles Studioalbum rausgebracht haben. Kriegt von mir ein solides, ja, okay. Was ich aber sehr mag, ist das Lied Radio, was einfach nur wunderschön hier auf Radio Kulax passt, was eine liebes Erklärung ist an das Radio. Dann spiel ab. Radio von Rammstein auf dem aktuellen, selbst betitelten Album. Rammstein, und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und das heißt, es wird Zeit. Online-Geister. Feedback. Für uns Feedback. Wir haben jetzt mal Feedback rausgesucht, schon ein bisschen älter, aber es freut uns, dass ihr uns Kommentare schreibt, diesmal von iTunes. Genau, und da auch immer gerne bei iTunes, bei den Podcatchern eures Vertrauens. Wir sind ja jetzt auch bei Spotify, bei Deezer, bei was weiß ich nicht. Auf Spotify sind wir jetzt auch schon? Ja, schon seit einiger Zeit. Da haben wir auch mal ein Quickie dazu gemacht, dass wir bei Spotify sind. Wir sind bei Spotify zu hören. Ich habe auf Spotify keine Podcast. Okay, dann für dich gleich als neue Info. Also schon länger, aber okay. Noch mal zur Wiederholung. Ich habe gestern jemandem gesagt, dass wir nicht bei Spotify sind, als ich gefragt wurde. Dann kannst du jetzt sagen, wir sind bei Spotify. Und das schon seit über einem Jahr. Wir sind bei Spotify. Aber da auch gleich. Du bist hier der Fachidiot, ja. Ich bin der Laie. Ich habe keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir bis vor einem Jahr nicht mal Spotify waren, findet uns Nebbenutzer Lioness Stone weiterhin cool. Und zwar wirklich toll anzuhören, weiter so. Ist schon ein bisschen älter der Beitrag, aber freut uns. Ich glaube, es ist Nutzerin Lioness. Wahrscheinlich. Aber ich mache es jetzt mal anonymisiert. Also insofern vielen, vielen Dank für das Feedback. Wir arbeiten gerne dran und freuen uns natürlich auch immer über sonstiges Feedback. Ansonsten wächst das heute. Heute um die Digitalisierung der Steuererklärung. Alle Quellen schon aus, wie immer, onlinegeister.com-folge 036, also Folge 36. Drei Jahre haben wir jetzt voll gemacht. Ja. Drei Jahre haben wir voll gemacht. Das heißt, nächstes Jahr, äh, quasi nächsten Monat könnten wir ein bisschen feiern, aber ich würde sagen... Drei. Bei fünf Jahren war man eine große Feier, okay? Ja, aber ansonsten war es das eigentlich erstmal für heute. Hat mich sehr gefreut. Genau, und nächstes Mal geht's um Twitters Renaissance. Das war Onlinegeister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Untertitelung des ZDF, 2020